Das ist Tim. Tim ist 22 Jahre alt und ein fleißiger Student. In seiner Freizeit liest er sehr viel und im Studium schreibt er nur Einsen und Zweien. Nebenbei hat Tim noch sehr viele Freunde, mit denen er gern hin und wieder Partys feiert. Tim liebt alles, was mit neuer Technik zu tun hat. Er arbeitet gern mit seinem Laptop, seinem Tablet und seinem Smartphone. Ohne seine Geräte wäre Tim sehr unglücklich. Am liebsten mag er sein Smartphone. Damit telefoniert er nicht nur. Er schreibt damit Nachrichten, macht Fotos, schaut Videos und synchronisiert ständig seine Daten. Vor allem liebt er die Vielfalt bei den angebotenen Apps. Ohne die kann er sich seinen Alltag einfach nicht mehr vorstellen. Er benutzt sie beim Sport, beim Einkaufen, um Nachrichten abzurufen. Um mit Freunden zu kommunizieren. Und sogar beim Studium. Für Letzteres gibt es seit einiger Zeit die Studierenden-App MyCampus von CAS. Mit ihrer einfachen Benutzeroberfläche ist die App leicht zu bedienen und bietet alles auf einen Blick. Ein integrierter Kalender dient der Planung von privaten und universitären Terminen im Studienalltag. Und nicht nur das, das gesamte Vorlesungsverzeichnis ist einsehbar. So verpasst man garantiert keine Veranstaltungen mehr. Zudem können alle Module und Noten zu jeder Zeit abgerufen werden. Eine Suchfunktion hilft den Studierenden, alles schnell und einfach zu finden. Egal was sie suchen, ob Dozenten oder Vorlesungen. Von der Bewerbung bis zum Abschluss kann man seinen Studienverlauf zu jeder Zeit verfolgen. Und das alles für iOS und Android. Eigentlich ist diese App ganz toll. Doch hin und wieder wünscht Tim sich noch mehr Funktionen. Auch seine Studienkollegen wünschen sich mehr. Nur was genau? Und an dieser Stelle kommt ihr ins Spiel. Im Rahmen meiner Masterthesis möchte ich von euch wissen, was sind eure Anforderungen an eine Studierenden-App.